Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid, bei diesem neuen Video aus der Reihe angezockt. Und dabei seht ihr schon richtig, Titanfall 2 ist heute das Objekt der Begierde. Ich werde euch ein bisschen heute das Spiel im Multiplayer zeigen. Und der ein oder andere wird sich schon gleich fragen, ja, aber Multiplayer alleine und so, das macht ja keinen Spaß. Und nein, ich habe da schon was vorbereitet. Da bin ich ja immer sehr dran, euch da sowas zu zeigen. Denn heute werde ich mit Rio zusammenzocken, den ihr jetzt noch nicht hört, sondern dann gleich erst im Spiel. Und wir werden eine Runde. Jetzt muss ich nur schauen, wie es heißt. Die Kopfgeldjagd zocken ist ein sehr interessanter, schöner Modus, denn die Kopfgeldjagd wird sich im Spiel selbst erklären. Ihr müsst Gegner abschießen, bekommt er für Credits. Diese Credits muss dann auf die Bank gelegt werden und wer zuerst 5000 hat, hat das Spiel auch gewonnen. Ist ein cooler Modus. Und vielleicht interessiert er sich der eine oder andere, was ist denn Titanfall überhaupt? Titanfall ist ein Multiplayer-Shooter, hat auch einen Singleplayer. Manche feiern den sogar sehr stark, ein guter Freund von mir. Ist riesig großer Fan von dem Singleplayer. Er sagt, kaum Spiel hat er zur Zeit so hart geliebt wie den Singleplayer. Also von dem her, auch das ist schön für ein Spiel, was sich eigentlich nur dem Multiplayer-Teil mal ursprünglich gewidmet hat. Und Titanfall, der Name bezieht sich natürlich auf die Titan selbst. Wir fangen aber erstmal mit den Piloten an. Ihr könnt eure Piloten so ausstatten im Multiplayer, wie ihr wollt. Es gibt ganz verschiedene Waffen. Ihr könnt da unglaublich viel auswählen, die dann nochmal ausstatten und equippen. Es gibt auch noch verschiedene Perks und sonstiges. Also wirklich einiges. Aber das Spannende und Wichtige ist der namensgebende Titan. Davon gibt es mehrere. Den Iron, den Scorch, den Northstar, den Ronen, den Tone und Lesion. Also wirklich viele und jeder hat ein anderes Geschütz. Jeder hat andere Fähigkeiten. Jeder hat eine andere Ultimate. Also für jeden ist auf gut Deutsch was richtig Dickes mit dabei. Ja, ich denke mal, das war es schon zur Einleitung. Denn spannender und interessanter wird auf jeden Fall jetzt der Part, wenn ihr dann das Spiel in Aktion seht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Und wenn ihr sagt, ich soll irgendwann nochmal eine weitere Folge zeigen, dann lasst es in den Kommentaren da. Weil sowas werde ich natürlich dann wohlwollend feststellen. Also, bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's los. Wir legen und starten mit Titanfall 2. So, Kopfgeldjagd Boomtown. Boomtown ist ja schon mal ein guter Name für eine Karte. Sind wir eigentlich immer zufällig im Marauder Corps oder ist das schon irgendwie... Nee, jetzt zufällig. Okay. Ich habe einmal diese Aces, Sphinxer und dann gibt es diese Marauder Corps. Wir waren jetzt gefühlt doch jede Runde im Marauder Corps, oder? Weil die coolen sind. Ah, okay. Dann passt's ja. So, wo ist das denn? Was hat denn das für eine komische... Ach, das schießt unendlich. Schnellfeuer, Energie, LMG habe ich. Ah, okay. Mal gucken, wie das denn draufzieht. Hat sich ganz klar nach Cheat an, aber gut. Nee, Cheat ist es nicht. Habe ich einen Nieder... Schon eliminiert in der Runde. Ach nee, und jetzt kommt der... Ein anderer von hinten. Gibt's doch nicht. Heißt auch noch bitter. Nein, das gibt's doch nicht. Warum nimmt mich der jetzt raus? Nein. Das ist ein schlechter Start für die Runde. Kaum was gekillt. Feiten ist noch in ganz schön weiter Entfernung. Familie ist eigentlich ganz gut, gerade mit meiner Elf-Feier-LMG. Nee, da würde ich jetzt gerne das gleiche behaupten, aber das ist nicht der Fall. Das kann nicht sein, dass der mich noch rausgenommen hat. Ach, der hat da war ein Tick. Das ist ja ärgerlich. Die Ticks bewegen sich übrigens über die Map, ne? Die sind ganz schön viele. Ja, ja, die sind auch... Ich mag den Tick ja auch ganz gern, aber ich werde halt nicht selbst davon gern gekillt. Boah. Dann ist ein fucking... Fucking Titan ist da. Reiten voll. Komm her, mein kleiner Freund. Boah. Nehmen wir ihn in den Zwang, ich komme von hinten. Alter, war das schon mal Damage, was da vorne in den reingekommen ist. Okay, den hat er hingerichtet. Sehr gut. Also wie viel mehr Geld haben die in der Mitte? Krass, ja. Die hatten wohl einen, der einfach mal sehr gut war. 800, siehst du ja, der dominiert alles. Oh, was ist das? sind die natürlich da ein quäntchen vorne wenn wir nicht ein geld war ja ich habe ja alles bei so weit klar gemacht habe ich 261 das gefühl dass die ein jetzt gerade in ihrer bank einzahlen und wir in unserer ein paar leute habe ich jetzt gerade mal gekillt die zur bank wollten sehr schön das ist sehr wichtig ich auch noch mal einzahlen sind nur 27 aber was man hat man fast genau so ist es und das witzige ist dass man bei der einen bank direkt ins fenster vom titan reinspringen kann das ist geil das stimmt und noch einer da ist ein doppel kill damit kann man leben wo ist denn das ding sitzt hier das kommt schon nevermind ich für den meine ulti benutzen habe ich auch ready durch den für die benutzen ich werde meine auf jeden fall benutzen hat schon zwei ulti sagt bekommen das weiter benutze ich meine für den anderen ich bin hier gerade bei der bank schauen ob da irgendjemand völlig jetzt mal rein kommt da haben wir nichts zum hochladen aber da wollte einer hier gerade rein laufen aber den granaten schon hier habe ich mal weg gemacht jetzt zum hochladen haben sie in der tat gerade nichts ach gotten titan von hinten der lebkuchen kann kam davon hinten aber dieser eine punkt da draußen ist aber auch ein bisschen undankbar zu der b begegnetheiten stehen denn da ach gott der lebkuchen man sammelt jetzt hier gerade seine credits ich hab nie den rauch weil die wenn ich irgendwie gefühlt mein gegner problem halt da was ein geiler kill das gerade war alter den kill hättest du gerade davor sehen müssen der war richtig nice banken sind offen ja ich habe schon meine eingezahlt und dann wurde ich in der bank leider gekillt dort ach gott niochen wissen auch ein geiler ach danke auch wenn es nicht wirklich essentiell war aber das nicht gerecht jetzt wird es aber unangenehm jetzt jedes mal komme ich irgendwo raus und habe sofort gegner in der schnauze aber ich habe keine credits von dem ist mir egal auf geht es hin man muss jetzt gerade los müssen wir einfach noch ein bisschen geld von dem ja ist alles wie sie die krieg ich habe den sie geholt ach ich wollte ihn unbedingt noch gehen dass jemand halten hol aber da war ich zwischen zwei karten kämpfen und da war es dann durch mit hier mal schnell noch einholen macht den epilog klar hol sie dir tiger was wenn das ist gesehen ja ich habe es gesehen was für den exekut dies fiese exekut übel zu boden gedrängt pilote rausgezogen und mit der 40 mm ich bin schon auf mich mich da zeig schon da ja ja klar epilog läuft ja schon lang mehr nicht lange ist gerade gelandet ja ich komme da nicht rein wie tf da ist der flugzeug schießt doch drauf schießt drauf schießt drauf wie kommt man denn bitte an dieses scheiß flugzeug ran oh man ey wie kommt man denn an dieses scheiß flugzeug ran wie kommt man denn an dieses scheiß flugzeug ran ja aber alles in allem eine sehr runde runde die hemlock freigeschaltet daher vielen dank bis zum nächsten mal haut rein